Liebe Mitchristinnen und Christen, Mit dem ersten Sonntag der Fastenzeit begegnen uns Versuchungen. Auch Jesus ist ihnen ausgesetzt. Steine zu Brot machen, Traum der Macher der Welt. Mühelos leben, einfach Wohlstand. Am besten ohne Menschen, mit denen wir teilen müssen, gar Fremde. Schickt sie alle zurück, planen Menschenverächter. Oder lasst sie allein in Unfreiheit und Gewalt, Elend und Hunger, ohne Zukunft im Klimawandel. Und unsere Verantwortung? Gerechtigkeit? Wir leben doch nicht allein von Selbstgemachtem. Alle Reiche der Welt haben, alles sofort. Allmachtsfantasien und Machtgelüste toben sich aus. Despoten testen Eroberungskriege. Barbarische Terroristen, die Verteidigungsfähigkeit der freien Welt. Zynische Gewaltherrscher überziehen unsere Welt mit Terror und Krieg und missbrauchen alles. Die eigenen Völker. Gewalt und Gegengewalt. Und der Friede? Bekommt Frieden noch eine Chance? Wir leben doch nicht vom Haben. Sich von den Mauern des Tempels stürzen. Die Starken werden wieder propagiert von den Populisten. Und die Besseren gegen Teilhabe und Demokratie. Die Extremisten verachten unseren Rechts- und Sozialstaat und Mitmenschlichkeit. Und die verletzten, kranken Menschen? Die mit Handicap? Die Altgebrechlichen? Die auf Unterstützung angewiesen sind? Oder die anderer Herkunft? Anderer Identität? Aus eigener Kraft, ohne Gott, leben wir doch nicht. Es ist eine teuflische Versuchung, Leben zu machen, alles zu haben und den Wert menschlichen Lebens zu messen. Diabolisch, spaltend, entzweiend. Die Menschen, unsere Gesellschaft, die Welt. Die Bibel redet nicht von Demokratie, aber von Miteinander und Füreinander aller. Und sie wendet sich gegen jedwede Herrschaft über andere. Sie spricht nicht von Menschenrechten, aber sie stellt den Menschen in den Mittelpunkt, wie er ist. Weil Gott den Menschen in die Mitte stellt. Weil Gott um aller Menschenwillen selbst Mensch wird und alles teilt, was er hat. Gerechtigkeit, Friede und Freude. Und am Ende seine ganze göttliche Herrlichkeit. Jesus entscheidet sich in den Versuchungen. Für Gott und für die Menschen.